Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über Sarah Lombardi. Bekannt wurde Sarah Lombardi, damals noch Sarah Engels, durch Dieter Bohlens Deutschland sucht den Superstar. Die Sängerin ist heute Mutter und seit ihrer Trennung mit Pietro Lombardi neu vergeben. Was sie sonst noch über sie wissen müssen, erfahren sie hier in diesem Video. Fakt Nummer 1. Sarah Engels tritt bereits mit 11 Jahren bei Schul- und Straßenfesten auf. Die Schule schließt sie mit einem Realschulabschluss ab. Über 4 Jahre lang bekommt Sarah dabei auch Gesangsunterricht. Fakt Nummer 2. Zur Geburt ihres Sohnes erfährt die junge Mutter einen Schock. Als Erlässe auf die Welt kommt, atmet er nicht. Eine Operation am Herzen rettet ihm das Leben. Fakt Nummer 3. Im Zuge einer Fernsehsendung offenbart Sarah Lombardi, dass sie unter Zwangsstörungen leidet. Der Wunsch nach Perfektion setzt ihr zufolge mit der plötzlichen Bekanntheit ein. Gerade das Posten auf Instagram verleite sie dazu, eine heile Welt zeigen zu wollen. Fakt Nummer 4. Neben ihren Verdiensten durch veröffentlichte Alben und Show-Teilnahmen verdient sie durch Werbespots auf Instagram etwas dazu. Mit knapp einer Million Abonnenten dürfte sie pro Post ca. 15.000 Euro verdienen. Dabei bewirbt sie von Fitnessdrinks bis Babyartikel einiges. Fakt Nummer 5. Ein Jahr nach ihrer Teilnahme an DSDS lassen sich Sarahs Eltern scheiden. Ihre Mutter macht mitunter durch eine kurze Beziehung mit einem 20 Jahre jüngeren Mann auf sich aufmerksam. Fakt Nummer 6. Grund für die eigene Trennung mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi ist eine Affäre mit ihrem Jugendfreund Michael. Dabei rechtfertigt sie ihren Seitensprung mit der Aussage, dass ihr Mann sie vernachlässigt habe. Fakt Nummer 7. Mittlerweile schwebt Sarah mit ihrem neuen Freund Roberto auf Wolke 7. Allerdings trübt ihr Glück eine Distanz von 500 Kilometern. Die zwei führen eine Fernbeziehung zwischen Köln und Berlin. Fakt Nummer 8. In ihrem neuen Musikvideo zeigt sich die Sängerin nur mit einem weißen Laken verdeckt. Dabei präsentiert sie ihren hüllenlosen Rücken. Das Video stößt auf gemischte Reaktionen unter ihren Fans. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Fakt Nummer 9. 2011 wird die DSDS-Kandidatin von einem Kamerateam in der Sauna gefilmt. Während einer Massage rutscht der damals 18-Jährigen das Handtuch runter. Ihr nackter Po erregt damals großes Aufsehen. Fakt Nummer 10. Große Titelchancen bei Dancing on Ice wurden ihr von der ehrwürdigen Eiskunstprominenz zugesprochen. Die ehemalige Olympiasiegerin und Jojorin Katharina Witt zeigt sich von Sarah Engels Entwicklung begeistert. Ich bin fast ein bisschen sauer, was du in wenigen Monaten gelernt hast. So, das waren 10 Fakten über Sarah Lombardi. Schreibt es mal in die Kommentare, welcher Fakt euch am meisten gefallen hat oder am besten gefallen hat. Ansonsten bleibt dran, bis zur nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.